Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, jetzt geht es los. Der letzte Schritt auf dem bisher längsten Weg eures Lebens steht ab. Die Abiturprüfung markiert ja so etwas wie den Beginn des Übergangs des Erwachsenen-Leben. Ihr habt Fähigkeiten und Wissen aufgebaut, um die Grundlage für dieses euer zukünftiges Leben zu schaffen. Und natürlich habt ihr euch auch emotional und sozial weiterentwickelt. Nicht umsonst bezeichnet man das Abitur traditionell als Reifeprüfung. Deswegen verlasst die Schule mit Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein euch selbst und der Gesellschaft gegenüber. Und der Moment, wenn ihr die Prüfung in ein paar Tagen unter euch gebracht haben werdet, der, das verspreche ich euch, wird für ein Leben lang anhalten, im positiven Sinne. Darum feiert diesen Meilenstein und freut euch auf die nächsten Schritte in eurem Leben. Ich wünsche euch viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.